Musik 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 Genau, liebe Freunde, ihr hört's schon, Resident Evil 1 Wir sind's wieder mal mit Ero und Just Trulie Tick Und heute machen wir uns natürlich wieder auf in Resident Evil 1 zum Haus der Herre Sind wir ja wunderbar aufgehoben, wir beide, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall Also, liebe Männer, meldet euch bloß nicht bei uns So, wir brauchen die Kordel Kordel? Kann ich mir sagen lassen? Ja, Kordel, Kordel, Kuddelmuddel, alles dasselbe Ja, genau Was ich jetzt auch sagen So, muss ich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, ich bin noch die Biohazard 3 Steuerung gewöhnt Biohazard 3 Ja, richtig, das tut so Was? Escape, richtig, super gemacht Ähm Ja, ich glaub hier geht's raus, ne Ja Wir finden natürlich immer den Eingang Und den Ausgang Und den Zwischengang Und genießen es So Ich verkneif mir jetzt Was verkneifst du dir? Lass es raus Richtig, oh, impulsiv, hier waren Erbs Soll ich's wirklich? Wirklich? Ja, traulich Nein, das Komm schon, komm schon Dein, das kommt scheiße Ich komm, das ist vollkommen in Ordnung Das ist in Ordnung, wir können darüber reden Ist es The Human Right To Eat Da Pupu Das ist schon im ersten Part dazu gekommen, hätte ich nicht gedacht, ey Ja Da kombiniere ich mal wie ein Sherlock Ja Ich hätte eigentlich in dem Fall eher gesagt Ist es die Human Right To Eat Aschlecht Das kommt ja aus selber raus Wollt's grad sagen Oh, es kommt aus selber raus, ne 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 Ah, jetzt muss man nämlich die Kurdel einsetzen Eat mal Bubu Nein, ne Batterie Ja, man kann auch mal die Kurdel einsetzen oder nicht Ja, genau, mit Elektronik Ja, mit Hand und Elektronik Naja, klar, Logo Das ist so elektrisierend Ne Das Gefühl Oh man Ha 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 Access denied Hm Aber so richtig Hm Hm So Ich hoffe mal übrigens, du weißt auch noch, wo wir jetzt genau hin müssen überall Ja, irgendwo im Herrenhaus und die Frage Ja, so weit war ich auch schon Ich meine, wir haben den Herrenhausschlüssel bekommen, ne Man könnte da drauf Uh, drauf kommen Ich werde mal Was Ach, du wirst doch nicht Ach ja, die Begegnung mit der Schlange war ja nicht, war ja nicht die Letzte Die Erste Das ist toll zu hören Pff Also jetzt nicht für meine Nerven, ne Aber Für die Allgemeinbevölkerung vielleicht schon Hm Komm drauf an Obwohl die Allgemeinbevölkerung Die Allgemeinbevölkerung hat ja anscheinend auch Mario Barth hier den komischen Comedy-Oscar da, äh, geschenkt, ne Also, von daher, meinst du dir, komödie, 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 komödie Pff Er hat übrigens auch eine tolle Ansprache gehalten, ich hab's halt nur im Internet nachgelesen Äh, wie war das, ähm, ein guter Comedian braucht einen Kopf, der denken kann, ein Bauch, auf den man hören kann und eine Vorhaut, die man zurückschieben kann So, also das Niveau ist definitiv wieder im Keller MS-Niveau, wir sinken Pff Aber es ist doch von Pokémon die MSN, ne Vielleicht gibt's ja auch ne ICQ Boah, was ist das? was ist das hier? Was ist das hier? Was? Ach ja! Stimmt! Das sind jetzt Hunter im Anwesen! Ach ja, wenn es so ist! Das sind ganz nette Leute! Das sind übrigens ganz ganz nette Leute! Nein! Exist denied! Ich sehe jetzt schon meinen Herzinfarkt! Ja, also du solltest zumindest, wenn du im gelben Bereich bist, dich vor denen hüten! Oder Cappian! Ah, hier waren wir schon, ne? Oder? Ja! Ja, ja! Gut, warum bin ich denn hier reingegangen? Da gab's ja die Medaille hier, so ein Ding! Paddle to the Medaille! Paddle to the Medaille, ja genau! Hätte ich jetzt auch gesagt! Ne, Medaille, ne? Ist klar! Weil Kurt Angle, einziger Olympische Goldmedaillengewinner im Wrestling! Nein! Ich weiß! Oh gut! Da sind Herren drin, und deswegen gehen wir auch mal rein! Oh, da hast du den Schlüssel benutzen können! Uuuuh! Jetzt! Jetzt! Zweite mal ein Gedanke! Äh, irgendwie ist es hier dunkel! That's what she says! Äh... Bist im Darkroom! Kann man irgendwas Lichter machen? Kann man irgendwas Lichter machen? Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu sehen! Ja, no shit! Dann mach's Licht an! Nicht rausgehen! Nein! Das wollte ich nicht! Ich suche ja schon! Ich suche ja schon was mit dich! Buch! Exer-Szene! Nein! Alles sind Dinge drin! So ist es denn! Ich weiß gar nicht! Gibt's hier überhaupt nicht Schalter? Ah, da hinten geht's nur noch weiter! Guck mal! Das ist ja ziemlich romantisch! Und ich kann nur den Mond und den dichten Wald sehen! Oh, das ist echt, das hat was! Definitiv! Dichten Wald ist in einem schlechten... Sag ich nicht! Äh... Aber wir... Jaaaa... Mh... 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 Captain Obvious! Hat einen Schalter gefunden! Warte mal hier! Mh... 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 Soll ich schon das Urb benutzen? Also das gemischte? Besser wär's! Wir sind ja auf neuntungen! Wäs? Hm... Schlechter Wortwitz! Achtung! Neuntungen! Beschisse! Sehr! Da ist ein Sch... Achtung! Licht wird schön angelassen! Bei jegdweglichen Sachen immer das Licht anmachen! So, hier haben wir nämlich noch ein... Flachwitzbuch, glaub ich! Ea... Eagle of East, Wolf of West! Watt? Pfff! Flüche Band 1! Das sagt mir was! Ich glaub das Buch hat übrigens auch Killer Bee, oder? Konoyaro! Bagayaro! Mh... Ne, das Ding musst du jetzt so untersuchen! Mh... Ah, also doch! Ich nutze der... Prüfen wir mal, ob du den Schutz eingreifen musst! Dann... Ja, jetzt... Warte! Dreh's mal weiter! In dem Buch lag eine Medaille! Okay! Ah, wo... Ah, ich weiß, wo du die einsetzen musst! Dann muss es allerdings noch eine weitere geben! Ja, wie in Resident Evil 2! Mh... Mh... Ungefähr so ist es auch! Also, zumindest was das angeht! Dann gehen wir mal auf Buchsuche, würd' ich sagen, ne? Mh... Großartig! Ich seh's jetzt schon kommen! Also, richtet euch auch mal auf viel schlechte Witze und auf viel Suchen ein! Und... Darauf, dass der mich in der nicht erwischt! Ja! Wunderbar! Tipps und Tricks! Resident Evil! Wuhu! Dann kannst du ja schon mal... ...nach der Medaille... ...nach der Medaille suchen! Ob man die irgendwo... Äh, wo man die findet! Also, die zweite! Ähm... Ich suche ja grad schon... Sorry! Ey, ich hab mich grad wirklich erschreckt! Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so ins Gesicht sagen muss, aber das klang jetzt nicht grad sehr männlich! Das, äh, war aber ich... Ich hab... Ich bin zusammengezuckt und hab dabei, ähm... ...meinen drei Tage... ...drei Tagebart beibehalten! Mh... Oh Gott! Aber jetzt hat zumindest hier schon mal keine... ...Ginis... ...Wolts Rackets, ähm, keine... ...Funde mehr, das ist schon mal gut! Wie jetzt... Ja, ja, stimmt! Ach, ja, um der Ecke ist auch noch eine! Ja, das hat's gesehen! Das ist ein... Ja? Das ist ein... Gibt's gar nicht, das soll's nicht geben! Was? Keine Ahnung! Pff... Okay! Zu viel Information auf einmal! Mh... Muss ich erstmal drauf klarkommen! Also ich schätze mal, da ja das erste, äh, Flüche-Band... ...ähm... ...da war! Um mal ganz präzise zu werden! Ist, denke ich mal, das... ...das andere Band auf der anderen Seite, oder? Ja, warte mal! Im Rem... Also im Remake kann ich mich dran erinnern, dass du gegen die... ...Schlange nochmal kämpfen musstest, so... ...eh du das bekommen konntest! Okay! Das wird wahrscheinlich dann hier auch so ähnlich sein! Soll heißen, es muss irgendwo einen Raum geben, allerdings... ...weiß ich nicht mehr die genaue Location! Surprise! Ja, Surprise, Surprise! Äh... ...wo du sozusagen... ...wo die dann sozusagen noch einmal auftaucht und du gegen die antreten musst! Okay! Das sind doch schon mal super Anzeiten! Hm? Eine von zwei Medals für das Labor! Wir wissen, was da für... ...Experimente stattfinden, ne? Doom and Right und so! Hm... Ich glaube, hier ist es nicht, ehrlich gesagt! Ähm... Aber ich war gerade ein bisschen, äh... Wie sagt man? Genau, ich war gerade ein bisschen, hm... ...weil ich da wieder an Hunter gesehen habe! Oh, hala! Noch einer! Warte mal! Du brauchtest noch irgendwo die Batterie! Äh... ...könnte durch... ...irgendwo musstest du noch eine Batterie einsetzen! Könnte durchaus sein, dass wenn du die vielleicht mal irgendwo findest! Vielleicht! Eben! Ja, ja, wir haben mal gesehen, womit der einsetzen muss! Das war ja bei den Hündchen da unten! Eben! Dass es da vielleicht weitergeht! Das könnte... Ja, stimmt! Stimmt! Aber du musst erst mal hinkommen! Ja, und die Batterie finden! Ja, eben! Also, jetzt munteres Suchen! In Resident Evil 1 wieder ist das wunderbar! Ja, ist es! Nee! Okay! Haben wir nicht übrigens noch komische Gems gehabt von diesen Tigern? Also dieses blaue Auge und dieses rote Auge, das wir irgendwo einsetzen müssen? Das weiß ich nicht! Das könnte man auch noch machen, insofern du dir noch die Magnum holen willst! Äh... Ja! Wenn ich wissen würde, wo die ist! Ja, dann... Ja, die muss halt zu dem Tiger hin! Äh... Ja gut, okay! Äh... Okay, hier... Festhalten hier auch nicht! Neee... Ich hab grad wirklich kein richtiges Ziel, ehrlich gesagt! Ich renne einfach draußen los, irgendwie! Hahaha! Verdammt! Ich wüsste gern! Also es ist nicht so, als ob ich jetzt irgendwie einen Plan hätte, wo ich längrenne! Näää! Längrenne? Jep! Lang! Das Wort hab ich nicht umsonst gerade benutzt! Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod! Und ich nehm mal eben kurz, äh... auf dieses... auf diesen... Unglaublich, äh... Intelligenten-Wort-Satz! Einfach mal bonbon zu mir! Ja! Dann will ich euch mal nicht die ganze Zeit hier ins Ohr hubst! Ist ja auch relativ unerotisch! Und das kann ja bei Erohützig gar nicht sein! Klar! Richtig! Leg mal her das ab und dann... Das hier ab und nicht! Hä, die Kordel haben wir ja auch noch! Äh... Wenn ich wissen würde, wo, ne? Ja... Dann ist ja eigentlich kein Problem! Aber... Oh! Hier steht komplett Lösung! Das klingt schon mal sehr gut eigentlich! Haha! Also ich seh dir immer noch nebenbei zu, also so ist es nicht! Ja, ja... Ja, vielleicht... Ja, kann's ja sein, dass ich hier auf gut Glück irgendwie den richtigen Weg einschlage! Also was man ja nicht! Wenn das jetzt nur mal hier ein bisschen schneller machen... Dass wenn wir nur mit nem Handy reingehen, ist das so ne Sache! Na, Aua! 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 England! England! Haha!